Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cuphead für die Switch. Den kleinen Run & Gun hier haben wir ja relativ zügig durchgestanden. Jetzt haben wir hier eine Abkürzung freigemacht, bringt uns jetzt nicht so viel, aber wir können damit gleich mal zum Shop gehen, was wir noch kaufen können. Gehen wir noch mal zu Schwarzes Laden, gucken was der uns so falsch anbietet. Flächenseilbe, für mehr Schaden Angriff gedrückt halten, kein Schnellfeuer, da ist viel Präzision. Noch ein extra Herz, automatische Anzeigenfüllung, super Anzeige, fühlt sich von selbst plus deinem eigenen Teil. Ich glaube wir nehmen mal die Waffe hier, oder? Den Kaffee können wir auch gleich kaufen, das blöde Herz brauchen wir nicht. Oh, ist das denn Schleifstein? Paradeangriff, deine erste Parade ist gleichzeitig auch ein Axtangriff. Uh, wenn wir noch mal drei Münzen bekommen, dann holen wir uns den. Goodbye, du Schwein. Du bist der Auto. Gut. Bin hier mal gespannt. Ladung für mehr Schaden Angriff. Können wir mal mitnehmen. Wir tauschen jetzt mal hier die Waffe gegen die wieder aus. Und Auto-Masches Zielen, machen wir mal die Ladung. Nur zum Testen. Ich nehme auch noch mal das Ziel, auch gleich wieder mit rein, denn die ist irgendwie ganz gut. So, was nicht hier noch irgendwo hängen können, den haben wir. Guck mal auch noch irgendwas, ne? Hier ist auch ein Theater. Was Theater mal nehmen? Machen wir jetzt mal. Wie viele Leute fehlen uns eigentlich noch? Was für uns noch drei Leute? Hey, hey, hey. Okay. Ja, da. Doris Diva, Theater-Turbulenzen. Ich bin gespannt. Schon Knorke das Spiel, ne? Knorke. Das Wort Knorke benutzt man gar nicht mehr, ne? Ein ganz cooles Wort. Ich finde dicht. Oh, okay. Oh, Gott. Die sieht wirklich scheiße aus. Oh, nein. Oh, verdammt. Aber diese Flächensalbe, ich weiß gar nicht, wie viel Schaden die macht, aber die ist gar nicht so verkehrt, oder? Oh, nein. Ah, nein. Okay. Oh, Mist. Oh. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden wir jetzt gemacht haben da. Ich gehe mal zurück zur Karte, ist nicht so die geilste Waffe, wir brauchen eine andere. Die, ähm, Flächensalbe ist zwar schön, die macht bestimmt ordentlich Schaden, aber ist für unsere Zwecke so ein bisschen unpraktisch. Wir brauchen ja irgendwas mit Dauerfeuer. Die Frage, was wir dafür mit reinnehmen. Unser automatisches Ziel wäre natürlich super. Macht ja auch nicht so viel Schaden. Guter Schaden und geringe Feuerrate. Eisel, Jumbo, Appraler, hohe Flächen. Und wir nehmen immer wieder unsere, unsere neue Superwaffe mit. Die, finde ich ganz gut. Ich meine, das Spiel bietet sie an, warum soll man sie nicht nutzen? Ist wahrscheinlich leichter ohne diese Waffe. Aber, ist mir egal. Ich finde sie gut. Aber man kann sich ein bisschen aufs Sprengen und so konzentrieren. Erleichtert das Spiel ungemein, so ein bisschen, muss ich zugeben. Also, dass es nicht so ist, dass es super leicht wird, dadurch. Oha. Wenn man sich natürlich bewegen kann. Ach, Scheiße. Ach, Mist. Ich bin noch nicht mal zur ersten, zweiten Phase gekommen. Nochmal. Nochmal. Guck mal, da hinten die beiden. Ah, Mist. Oh. Oh, sieh ein. Ich bin im Typ abgehauen. Okay, das war der erste Akt. Der zweite Folge zugleich. Ja, cool gemacht sind es ja aller Stück. Oh nein. Liebe Flaschen. Das ist auch ein bisschen nervig. Oh nein. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte ja den Schaden ins Gesicht ballern. Das war natürlich dumm. Normal. Ach, Mist. Alter. Sag mal, gute Regel. Ich habe leider so viel Leben verloren. Ist auch ein bisschen blöd mit den Babys da. Ich habe die Babys auf dem Fenster die ganze Zeit, ne? Nein. Zu viele Autos. Hey, Brawl is surely brewing. Here it goes. Ich starte lieber neu jetzt, bevor ich da jetzt in einem Leben weiter kräpseln muss. Ist ja albern. Ja. Da nochmal. Ach, bin eben so ein scheiß Ding gefällt. Oh. Oh. This match will get red hot! And begin! Das war blöd! Na gut, ich spiel trotz mal kurz weiter, denn ich will mal sehen, wie es weitergeht. Ah! Scheiße, ich hab jetzt noch auf das Auto geachtet. Ahem! A brawl is surely brewing! And begin! Good day for a swell battle! You're up! Oh! 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 Okay, jetzt kommt er nasse Engel zurück! Oh! 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 wir sind angekommen okay war schon ziemlich weit nein das ist so dumm noch mehr dumm vor allen dingen was mache ich denn da gar keine konzentration mehr gerade was jetzt geht's 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 gar nicht so sehr auf sie ah jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's ach man jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's mal machen Und wenn sie den Fächer liegen hat. Nein! Nein! Was macht er da? Ganz geil mit dem Ring da. Aber warum macht er das? Oh. Okay, weiter geht's. Okay. 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 Dang. Okay. Okay. Okay, Showtime. Wir müssen jetzt mal durchkommen wieder hier. Ah. Oh. Nein. Toll. Wir haben natürlich kein Leben mehr und sind gerade hingekommen. Nein! Ja! 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 Tja! Ja! Wiß ihr was? das geht ja noch hier natürlich ich wieder nein die andere richtung muss schneller sein So, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir die... Alter! So, war schon fast unten alle Energieleiste voll. Das ist natürlich ein anderes Ding. Dann können wir diese Mission hier vielleicht auch schneller abschließen. Das ist immer noch... Das ist das schwerste von allem hier, finde ich. Aber nur, weil diese Autos einen so ein bisschen durch den... ... zum Narren halten. Ah, das meine ich, ne? Kann ich wirklich sehen? Oh, guck mal. Jetzt haben wir doch trotzdem kein Leben, das ist dumme. Oh, Leute, hier kommen. Also dieses... Muss man leider sagen. Big Wave. So. Oh, jetzt... Jetzt wird's wieder spannend. Nein, das mach ich. In die falsche Richtung. So. Das war's. Gute Frau. Hübsch warst du ja sowieso nicht. Und tot bis jetzt auch. Sehr gut. Guck mal, welche Not wir bekommen. B mal wieder. Wie immer B. So. Und wir kümmern die Brücke rüber. Perfekt. Und wir kümmern die Brücke rüber. Joris Diva haben wir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zunächst. Tschüss.